nichts von wegen long trigger beim dax im gegenteil der markt geht erstmal nach unten wir schauen uns das ganze ein bisschen genauer an der dax index hier 15 minuten chart bzw der future ich glaube wir hatten auf dem future gestern geguckt da haben wir noch so gesagt naja von mir aus anstieg jetzt hier irgendwie wackelig runtergehend so halbwegs naja also knapp hier die geschichte aber eigentlich eben nicht so richtig und der kurs hat sich nach unten entwickelt wir sehen es beim index fast noch schöner dieses anstiegs verhalten irgendwie sowas hier in der richtung aber eben nichts irgendwie was da nach oben raus ist also entsprechend der kurs hier nach unten gelaufen und ja vorläufig erstmal nichts mit der long seite das ganze passt aber durchaus noch in das bild denn wenn wir uns das mal vier stunden chart angucken wir sind ja hier scharf runtergelaufen wir sind in die klassische box rein zugegeben ein bisschen unübersichtlich weil ein wenig sieht das nach einer seitwärts korrektur aus die sehr lange c-welle hoch hatte etwas was durchaus passieren kann ich zeige euch ja immer wieder die seitwärts korrektur damit es ein bisschen ein auge dafür bekommt und wenn dem so tatsächlich ist dann sollte nach dieser ersten abwärtsbewegung der mittleren korrektur in die klassische zielzone rein sich noch was anschließen nach unten die frage ist wie weit nach unten da bleibt das übergeordnete bild der bereich den ich ja schon mal angesprochen habe wo der kurs theoretisch immer ganz gerne hingeht ja jetzt ist er tatsächlich da gibt es da irgendwelche bereiche die besonders sich auftäten für eine unterstützung ja gibt es mit sicher punkt eins ist wir können mal gucken wenn das doch hier der erste teil von da oben bis hier war von der abwärtsbewegung und das setzen wir auf den höchsten punkt hier dann kriegen wir hier so eine gelbe marke das ist die für uns die 100 prozent marke also sprich die gleiche länge was vorne ist da hinten nochmal und ihr seht die bei 15.475 in etwa also wir haben eine realistische chance dass der kurs punkt a noch bis dahin läuft und punkt b da ernsthaft über einen dreh nachdenkt der kurs denkt natürlich überhaupt nicht sind natürlich die marktteilnehmer blöde formulierung aber ihr wisst wahrscheinlich was ich meine die marktteilnehmer orientieren sich gerne an solchen verhaltensmustern denn wenn man überhaupt keine idee hat was macht man so aber man sagt eigentlich würde ich ja doch lieber kaufen dann nimmt man gerne an solchen stellen gewinne mit für die shortseite beziehungsweise fängt langsam aber sicher an wieder auf der long seite mitzumischen zumindest ist das eine hinguck marke wo man eventuell sehen kann dass marktteilnehmer aktiv werden wenn sie das tun dann wäre das eigentlich ein ganz gutes zeichen eine zweite möglichkeit für alle fibonacci anhänger und das sind ja durchaus viele institutionelle händler ist die extension und bei der extension misst man in dem fall in der abwärtsbewegung gegenbewegung und welche gegenbewegung haben wir von da nach hier gemessen dann hätten wir hier die 161,8 marke also tatsächlich scheint es sich so um die zu 15.500 ein bisschen zu verdichten und es wäre voll in der zone wo wir den kurs gerne haben also es wäre ein indiz dass der kurs bis dahin noch ganz gut platz hat und dass der kurs dort den ein oder anderen verleitet vielleicht mal die long seite wieder auszuprobieren könnte das schon vorher passieren in der tat denn wir haben auf aktuellem niveau auch eine ganze reihe unterstützung wir sind so ein bisschen in diesen unterstützungsbereich schon eingetaucht aber ich würde mich gar nicht wundern wenn der kurs auch jetzt schon anfängt zu drehen allerdings wäre das sehr unsymmetrisch was das hier angeht und man sagt so schön das auge küsst mit das ist beim handeln auch nicht anders also man mag es immer ganz gerne wenn es ganz hübsch aussieht das mag vielleicht den ein oder anderen verleiten zu sagen heißt noch zu früh ist noch zu früh warten noch mal ein bisschen was dann für die 15.500 marke beim dax gegebenenfalls sprechen könnte also ein bisschen abwärts sehe ich auf jeden fall noch potenzial sollte man dann da unten einfach einsteigen denn nach wie vor gilt mein bullisches bild ich bin immer noch bullisch eingestellt also die 18.000er lösung finde ich nach wie vor nach diesem anstieg den wir hier haben eigentlich eine gute variante allerdings muss man sich überlegen jetzt sind wir ja wahrscheinlich hier in einem pause modus und danach geht es erst weiter nach oben also ihr seht ich bin immer noch gar nicht so negativ drauf trotz des rücksetzers allerdings eben wie gesagt mit dem pause modus wer also long ist oder noch long position hat und noch nicht seine gewinne mitgenommen hat das müsste man dann mit der engen absicherung haben müsste eigentlich seine stops unterhalb dieser ganzen zonen haben wobei ich die 15.500 zu knapp fände für eine exakte stopp marke die müssten dann eigentlich eher irgendwo bei 15.000 liegen vielleicht sogar eher bei 14.900 in etwa nämlich der 78er marke des letzten anstiegs denn manchmal gehen rücksetzer solcher anstiege eben auch ein bisschen tiefer aber statistisch gesehen nicht mehr so häufig hier drunter wenn es danach noch steigt natürlich kann er auch weiter fallen aber weiter fallen interessiert mich als bulle nicht und dann bin ich ja froh dass ich rauskomme das blödste ist natürlich immer dass man hier ausgestoppt wird und der kurs noch dreht das ist möglich aber die wahrscheinlichkeiten dafür sind deutlich zu unseren gunsten dass das nicht der fall ist also insofern wer noch bullisch eingestellt ist und dieses dem bullen noch reiten will das pferd wollte ich gerade sagen dem bullen noch reiten will der hat noch gelegenheit zu sagen okay ich gebe ihm den raum bis irgendwo in diesem bereich etwas enger etwas weiter wie gesagt hier für uns häufig die 78er marke dann der killer aber erste entscheidungsmarken so um die 15.500 mindestens mal hingucken aber ich bin mir sicher bis dahin reden wir ja auch ein paar mal noch dann können wir überlegen ob sich das bild ein bisschen noch abzeichnet für einen baldigen dreh oder eben nicht und soweit für die die schon long sind was ist jetzt mit denjenigen die noch long sein wollen das wäre eine interessante idee dann tatsächlich abzuwarten dass der kurs entweder hier dreht oder später diese zwischen hochs hier reißt also sprich das hoch was wir vor ein paar tagen hatten 29. mai hier bei ungefähr bitte nicht jetzt ganz millimetergenau nehmen bei 16.070 ungefähr war da das hoch das wäre dann sozusagen der trigger für die longen seite um zu sagen okay pause beendet ab jetzt geht es wieder weiter also insofern oder das habe ich noch vergessen zu sagen wenn er hier in diesem bereich jetzt dann im kleineren schub nach oben wackelig nach unten macht das wären dann die entsprechenden vorgehensweisen um da los zu schlagen sieht man das schon im intraday chart 15 minuten chart nein also das sieht nicht im moment danach aus dass der kurs jetzt schon ambitionen zu drehen hat also aktuell muss man sich hier nicht auf die long seite neu begeben hier jetzt einfach nur da liegt irgendwelche unterstützung ein bisschen da gehe ich jetzt schon mal long finde ich zu gefährlich insbesondere weil die 15.500 ja eigentlich noch ein bisschen tiefer liegt aber noch mal kurz fürs auge wenn der kurs sowas zeigt und sowas zeigt ist das zumindest mal eine möglichkeit wenn ihr sagt ach das mit den l jetzt das kriege ich immer nicht hin ihr könnt natürlich auch nach kerzenformationen gucken das könnten irgendein hammer ein morningstar sein das könnte ein bullish engulfing sein irgendwie was weiß ich was ein harami bullish harami beispielsweise er gibt so viele möglichkeiten als mögliche long einstiege aber dann idealerweise im umfeld dieser unterstützungsmarken also nicht einfach aus der hohlen hand sondern idealerweise in kombination denn dann habt ihr die fibo freunde auf der suche nach longs dann habt ihr die kerzenfreunde auf der suche nach longs denn viele glauben dass der chart irgendwie was entscheidet ist natürlich quatsch sind immer die marktteilnehmer die im umfeld der nachrichtenlage gegebenenfalls nach longs oder short möglichkeiten suchen und dann entsprechend sich positionieren so also insofern eine orientierungshilfe wie sieht es aus beim dow jones eigentlich recht ähnlich da hat sich im großen auch nichts verändert wackelig runter wir warten eigentlich hier ebenfalls dass der kurs endlich nach oben geht die integration sagt auch so langsam aber sicher wäre schön allerdings lässt es der kurzfristigere chart noch nicht so richtig erkennen wir sind noch mal ordentlich nach unten gekommen das jetzt jeder vier stunden chart nach wie vor ist nach oben mögliche vielleicht mögliche long entries wären hier so diese zwischenhochs die wir hier haben das wäre vielleicht bei 33.107 in etwa beim future das wäre jetzt hier die das hoch von 30. mai abends irgendwann man kann auch ein bisschen tiefer eventuell gehen das wären so mögliche long entries wenn der kurs bald dreht warum ist das so wichtig mit dem bald drehen naja weil wenn wir die 78er haben dann haben wir doch den fall den ich eben besprochen habe zwar wir hätten wir dann einen schub hier irgendwie nach oben aber dann wären wir sehr tief runter also wenn wir unter die 32.771 gehen beim future und wir sind nicht mehr so arg weit von entfernt dann finde ich auch diesen trigger nicht mehr so schön weil er statistisch zumindest nicht mehr so toll ist also ihr seht ich bin auf der suche nach longs es würde eigentlich hervorragend in das bild passen was die marktteilnehmer im moment gerade fahren allerdings er muss es auch tun einfach blindlings ich habe hier eine überzeugung ich sage ganz ehrlich auf meine überzeugung und auch auf eure überzeugung kommt es am markt überhaupt nicht drauf an es kommt auf die überzeugung der masse der marktteilnehmer an denn insofern ist der chart fast schon demokratisch er macht das was die masse will oder zumindest mal in geld gewichtet nicht in köpfen gewichtet na gut also lassen wir das mal so stehen im moment sehe ich nicht dass der markt das wirklich will wer jetzt noch long ist hat noch nicht großes zu befürchten die nächste unterstützung ist ja noch hier in diesem bereich also der kurs dürfte ja noch ein bisschen tiefer gehen 32.500 was nochmal groß wäre ebenfalls immer noch hier alles so ein bisschen im unterstützungsbereich allerdings die 32.236 die fände ich dann auch wieder doof denn wenn er die durchstößt dann durchstoßen wir auch noch mal das tief vom märz und damit sind wir dann locker bei 31.800 also da kann man sich die 400 punkte wahrscheinlich dann auch noch sparen mit chancen das ist ja darunter hinaus noch geht vielleicht 31.135 hier aus dem tageschart noch soll es das wirklich sein also irgendwie ich weiß nicht es ist dass die long seite ist zum greifen nah nur die marktteilnehmer müssen es halt auch tun und da fehlt es aktuell aus meiner sicht man sieht es noch nicht so richtig der s&p eigentlich ja ein bisschen getrieben durch den nasdaq zu dem kommen wir ja gleich noch jetzt allerdings gerade auf der abwärtsseite unterwegs ihr seht ich habe ja auch mal so eine mögliche linie eingezeichnet das wäre ein möglicher long vielleicht könnte man auch den noch wenn man jetzt sagt ich will unbedingt long dann wartet wenigstens bis er irgendwie sowas durchstößt also die chancen für die long seite finde ich nicht so schlecht das hoch hier das war ungefähr bei 4.222 das ist hier beim 5 minuten chart hier vom s&p das hier liegt zumindest bei 4.210 das ist der future beim s&p jetzt hier aber naja im moment fällt der markt wie ein stein hier so halbwegs wie ein stein da macht es im moment eigentlich nicht so viel sinn so mega aktiv zu werden da heißt es wohl eher ein bisschen abwarten was das angeht jetzt die short seite zu spielen na klar intraday kann das immer sein also wenn ihr da die möglichkeit seht hier für intraday mal ein short das bullische bild ist ja noch nicht kaputt auch der rücksetzer in die zone die ich hier mal eingezeichnet habe das ist unverändert also wenn ihr die letzten videos gesehen habt erzähle ich euch nichts neues 4080 bis runter 3980 irgendwie so in die kiste ja das sollten wir jetzt nicht super pingelig sein wenn er das macht wahrscheinlich eher die oberseite aber das wäre jetzt so halbwegs die idee die dazu eben ist also ich würde mich nicht wundern weil der letzte aufwärtsarm so wenig begeisternd ist nach oben dass ich mir fast schon vorstellen kann dass wir hier irgendwie korrektiv noch in einer seitwärts korrektur sozusagen sind also irgendwie sowas dieser art würde mich nicht wundern also aktuell wenn er nicht jetzt bald sein popo hochkriegt wäre meine erwartung kommt 4080 sehen wir in den nächsten tagen hier noch und dann gucken wir da mal weiter das hängt natürlich stark am nasdaq denn wir wissen the beef is in the nasdaq da sind die heftigen titel aktuell drin die tech titel und die sind ordentlich gelaufen schreien aber förmlich nach einer pause wenn ich mir eine meter angucke auch eine tesla angucke unabhängig von unserer long position dort ich wünsche mir eigentlich einen rücksetzer klingt eigenartig ich wünsche ihn mir aus charttechnischer sicht natürlich nicht so sehr für eine eigene position weil der rücksetzer wenn er korrektiv ist eigentlich die nächsten longs wieder mit einlädt also insofern dass so die idee die dahinter ist also auch hier beim nasdaq bin ich nicht der meinung dass der rücksetzer jetzt alles kaputt macht sondern aus meiner sicht ist das ein szenario wo man sagt okay lass ihn doch mal eine pause machen und wenn diese pause nicht viel größer ist als das was wir hier haben beispielsweise ist die welt ja sowieso noch in ordnung wenn wir die größe mal so halbwegs vergleichen also diese letzte korrektur die wir hier haben ziehen wir die mal hier so halbwegs zur rate dann wäre es sogar noch bis 14.176 also ich habe hier die korrektur was war das mitte mai mal mit hier zur rate gezogen das muss nicht von von form genauso sein das sieht sehr nach einer seitwärts korrektur aus vielleicht wird das hier eher so eine scharfe korrektur aber wenn es so halbwegs ähnlich ist ist das in ordnung also 4000 entschuldigung 14.176 in etwa das wäre das das ist jetzt keine exakte marke aber es ist so ein bisschen orientierungshilfe wenn man sich fragt mensch wie weit soll es denn gehen manch einer versucht noch hier mit fibonacci so ein bisschen was dazu zu holen da sehen wir dass die 38er marke des letzten anstiegs nur des letzten anstiegs ebenfalls da liegt also das wäre noch mal so ein bisschen so ein indiz auch dafür würde mich also nicht so sehr wundern wenn der kurs a bis dahin vielleicht noch runter geht und b möglicherweise hier die markteilnehmer überlegen was ist sache also insofern eine beobachtungsmarke knapp unter 14.200 die solltet ihr so halbwegs im hinterkopf haben was da passiert wenn der kurs da durchgeht wie durch butter dann sollte man sich anfangen gedanken zu machen wenn der kurs dann auch noch die zwischenhochs die wir hier hatten in dem vorderen bereich hier 13.960 hier in etwa dann allerdings scheint es dann doch eine um mal größer zu werden als das was wir vorher hatten vielleicht noch kein drama aber zumindest mal erst mal ein augenmerk so für aktuell long seite im großen offensichtlich noch nicht kaputt im kleinen keine zeit für longs zumindest aktuell nicht zu erkennen also für die intraday händler sehe ich im moment jetzt keine indizien die dafür sprechen dass der markt aktuell auf die long seite drehen will das kann sich natürlich jederzeit ändern wenn der markt hier auch mal im kurzen versucht so einen anstieg hinzukriegen korrektiv runter aber da das null zu erkennen ist sind die suche wohl eher auf der short seite wenn eine starke bewegungsrichtung in die und eine wackelige in die habt dass man dann sagt okay dann gehe ich eher auf der trendrichtung seite in der verlängerung da scheint die vielleicht bessere oder sinnvollere idee zu sein in diesem sinne drücke ich euch für eure positionen die daumen denkt immer dran verzagt nicht auch wenn der kurs mal in die gegenrichtung geht mein tipp habt auch immer ein paar short positionen parat ihr wüsst ich gebe euch ja immer in beide richtungen ein paar ideen auch also dann habt ihr vielleicht auf der einen seite ein bisschen wieder buchgewinne abgegeben aber gleichzeitig auf der gegenseite vielleicht den einen oder anderen trade der euch dann ein wenig spaß macht in diesem sinne euch erstmal alles gute und ganz liebe grüße